Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Hallo, mein Name ist Thorsten Worms, zuständiger für Gewinnmaximierung bei Carglass. Das sieht vielleicht aus wie viel Gescheißer, aber für uns ist das Geld. So ein Steinschlag an und für sich ist tablos, aber zum Glück gibt's in Deutschland genug Schlaglöcher. Und so machen wir unser Geld. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Normalerweise müsste man diese Scheibe jetzt austauschen, aber so macht man keinen Umsatz. Wenn Sie uns anrufen, kommt sofort einer unserer mobilen Mitarbeiter zu Ihnen und tut so, als würde er Ihre Scheibe reparieren. Mit unserer patentierten Carglass-Technologie. Uhu-Kleber injizieren, aushärten, Kaffee trinken, fertig. Nach 30 Minuten aushärten ist die Scheibe richtig im Arsch. Und jetzt kommt's, die Reparatur kostet Kasko-Versicherte 100% Selbstbeteiligung. Keine Kreditkarten, junge Frau, nur Barzahlung. Wenn Sie einen Steinschlag entdecken, sofort anrufen. Die Telefonnummer sehen Sie jetzt hier an der Rückbahn, die muss ich jetzt nicht extra raufzählen. Carglass repariert, Carglass tauscht aus.